Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schönen guten Morgen! Guten Morgen! Dankeschön, jemals Gott! Mein Name ist Professor Bauer, ich komme aus Österreich und ich unterrichte hier in Ungarn im Fertöd das Fach Betriebswirtschaft. Meine Schülerinnen und Schüler werden euch jetzt das Fach näher vorstellen. Bauer Tanarur Ausztriából érkezett, itt tanít Pertöldön Betriebswirtschaft-ot, üzemgazdaságot, és ezt tanítenek mink is. Ich bin Sülein der Einzelkeit Portfaxi Alladar Fachhochschule. Er ist ein Tanuló a Portfaxi Alladar Középiskolában. In der ersten Klasse lernen wir allgemeine Wörter, wie zum Beispiel, was ist die Wirtschaft, was ist der Markt, was ist die Firma. In der zweiten Klasse werden wir mehr über die Betriebswirtschaft lernen. In der zweiten Klasse werden wir mehr über die Betriebswirtschaft lernen. Wir haben ein paar Meter in diesem Betriebswirtschaft ausgebezogen. In der zweiten Klasse werden wir uns die Erkrankung nach sensiboli arbeiten. Wenn hier im Betriebswirtschaft lernen wir auch über die Betriebswirtschaft, Ich bin hier gerade gerade letzten Mal. Und wir können die Betriebswirtschaft und die Betriebswirtschaft bekommen. Dann müssen wir die Betriebswirtschaft einig. Die Betriebswirtschaft haben! Die Betriebschaft gibt, haben wir das Begründungsrate besucht. Vielen Dank. Liebe Schülerinnen und Schülerinnen, wir lernen hier in Fertöld von österreichischen Räder und Bärerinnen Betriebswirtschaft. Kedves diákok, itt Fertöldön, az Üzembozdaságtant, németül tanuljuk, Oszrágtanárok. Wir lernen, wie die Fertöld funktioniert und auch spezielle Tätigkeiten, z.B. wie man ein Unternehmen gründen kann. Itt megtanulhatjátok, hogyan működik a gazdaság, és még egyéb tevékenységei a vállalkozásnak. Erről mind tanulhattok alaposabban. Das war ist sehr interessant, weil wir sehr viel interessant sind. Wir lernen, was wir in der Zukunft in Mözeren-Berusschäden auch die Frauen. Wir lernen, dass wir in der Zeit sehr interessiert sind. Wir lernen, dass diese Fertölde, die Fertölde, sehr viel Erfolg hat. Guten Tag, ich bin Frau Professor Schalli und unterrichte an dieser Schule kaufmännische Gegenstände, wie zum Beispiel Unternehmensrechnung, Betriebswirtschaft oder KSK, das ist das heutige Fach von dieser Studie. Guten Tag, ich bin Frau Professor Schalli und ich kann es Ihnen sagen, dass ich den Schüller-Berfüggen kann. Ich bin Frau Professor Schalli und ich bin Frau Professor Schalli. Ich bin Frau Professor Schalli und ich bin Schüller-Berfüggen. Ich bin auch wiederum ich diese Thema Marketing in diesem Thema, aber ich will das Werfen-Wir fragen, wie ich im Namen denke ich. Also, ich möchte, ich gehe ich dazu die Lösung. Es gibt viele Fragen und Fragen auf der Sánich-Dugilben. Vielen Dank. So, dann haben wir eine interessante Aufgabe. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was du gerade lösen musst? Wir planen jetzt Marketing und das ist Produktpolitik und wir planen die Frage der Produktpolitik auch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.